Es geht weiter. Also, der erste große Auftrag für Big Johnny. Du hast Buchmachern aus Cockney eine Handvoll Steine geklaut, okay? Jetzt sind sie sauer und verfolgen dich. Ja, gewöhn dich dran. Das passiert ziemlich oft in diesem Film. Ost-Londoner auf Hawaii? Ernsthaft? Die sind geschäftlich hier. Und ich mag ihren Dialekt. Du sollst doch nur die verdammten Türen hochgehen lassen. Jedenfalls folgen sie dir in ihren Trucks. Also, fahr schnell und nutze die Größe des Motorrads zu deinem Vorteil. Sie dürfen dich nicht kriegen. Hörst du, Terry? Die wollen dich nicht zum Tee einladen, klar? Rück drauf, Terry. Dein Fluchtplan sieht zwei verschiedene Motorräder vor. Ein wendiges, um die Briten in den engen Straßen abzuhängen. Dann ein schnelles, um endgültig zu entkommen. Rauf aufs Dach und dann abheben. Also, du hast so ein japanisches Motocross und ein... Ach, okay, Ratchet. Dein Part. Ja, du steckst fest, wie es scheint. Also, du fängst an mit der guten alten Yamaha YZ-450F. Mit der kommst du überall durch. Bevor du auf etwas Stärkeres umsteigst. Ich erzähl dir mehr darüber, wenn du da bist. Hier glaubt Terry, dass er sie abgehängt hat. Aber nein, sie kommen zurück. Ja, da sind sie. Das machst du gut. Denk dran, du musst durchhalten, bis du das zweite Motorrad erreichst, das dich aus der Stadt bringen wird. Na bitte! Jetzt servierst du die Pappnasen ab! Jetzt fährst du eine Ducati Panigale. Wir wollen ihr Tempo spüren, also drück so hart drauf wie du kannst. Verschwinde im Kaninchenbau. Sie hat vollkommen recht. Und vergiss nicht, so oft wie möglich auf der Videolane zu fahren. Im Skript steht, dass du gleich vom Highway springst. Halte das Motorrad gerade und pass auf die Landung auf. Ja, dieser Stand muss sitzen. Und der sitzt. Allerdings, ich liebe es. Das wird super aussehen. Jetzt kommt ein super wichtiger Shot. Bleib auf der Lane. Lehn dich in die Kurven und gib auf der Geraden richtig Gas. Zurück auf dem Highway. Terry weiß, dass er gewonnen hat. Big Joe wird äußerst zufrieden sein. An Terrys Stelle würde ich mit dem Motorrad und der Beute abbauen. Das Leben ist schon um einiges komplizierter Süße. Okay, schnitt! Ganjürt! �